ich möchte ab jetzt für jedes wochenende den kaffeesatz lesen ok dann lasst uns auch mal beginnen mal gucken was das dritte wochenende vom märz zu sagen hat dieses wochenende steht unter dem motto beziehungen im spannungsfeld von beruf und familie die mitmenschen sind wichtiger als persönliche ziele du bist besonders gefordert und befähigt die pflichten von beruf und familie mit den genießerischen aspekten des lebens unter einen hut zu bringen das war's darauf bis zum nächsten wochenende